Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der vierten Etappe des Neckarsteigs. Startpunkt ist Hirschhorn und Ziel ist Eberbach. Diese Tour hat etwa 12,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Musik Vielen Dank. 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 Vielen Dank.